Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es mal wieder Highlights aus dem Solo Cup. Der neue Ort Sunny Suburbs ist drin, wo man Sternschnuppen finden kann und aus denen im Prinzip ähnlicher Loot wie aus den Beutetrohnen in den Hotjobs kommen können. Ist ziemlich nice, weil man dadurch immer relativ guten Loot hat. Dort bin ich auch richtig häufig gelandet, lief er eigentlich ganz gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit den Highlights und ich würde euch natürlich auch über eine kleine Bewertung auf dem Video freuen und teilt gerne noch den Kanal an eure Freunde, damit wir diesen Monat noch die 150 Abonnenten erreichen und jetzt viel Spaß. Er hat nicht wirklich gequittet. Alter. Mann! Bitte, bitte, bitte. Richtig. Richtig. Ist irgendwo direkt. Richtig. 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 Ganz wichtig. Mann, schade. Oh shit, was hat der ehrlich für Loot? Oh, ich hab mir noch so einen guten Hit gegeben. Rap. Oh. Boah. Digga, Aim saß aber. Ich glaub, Double Headshot. Shot vorbei. Geil. Sandwich. Third Party, sein U-Bus. Quad Party. Oh, Digga, ich hasse es. Einfach diese Quad Party. Ein Wunsch, einen Tag. Nein. Das meine ich schon wieder. Ich komme raus und werde erst mal abgestaubt. Nice. Boah, da ist die goldene SMG. Also, es ist einfach ein geiles Gefühl, so eine legendäre SMG in der Hand zu haben. Von ey. Uns. Oh. Luca. Wie! Wie? Wie. Wie? 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 Oh, nice, nice, nice. Es ist so gemein, Digga, da muss ich so denken. Halt, ich hab 44 HP. Hoffentlich trifft er mich nicht. Hoffentlich trifft er mich nicht. Hoffentlich trifft er mich nicht. Den zwar ich angreife. Oh, nochmal richtig schön. Oh, okay. Mann! Natürlich hat er mehr Leben. Digga, warum wird mir einfach jeder Kill abgestaubt? Okay, der ist gut, der ist gut. Ach, Mann. Hat er eigentlich wirklich Full-Stack, Stinkies. Digga, ist das ein Bot. Holy Shit, ist das ein Bot. Digga, 35 HP. Das Ding ist, warum ich so aggressiv spiele. Ist einfach, bis man dann wieder gelootet hat und alles. Ist einfach nur ein unglaublich langer Weg. Ja, deshalb, never peak so long. 3 Hours later. Holy shit Deger, das kann doch nicht sein Holy shit Dann sind die jetzt weg Mann Was war das?